So, seit drei Wochen haben jetzt schon Deutschlands Schulen geschlossen. Es wird Ihnen aufgefallen sein. Und nach all dem Homeschooling, nach dem Unterrichten der eigenen Kinder, stellen sich viele Eltern dieselben Fragen. Erstens, warum haben wir damals nicht verhütet? Zweitens, nee ehrlich, warum haben wir nicht verhütet? Und drittens, wie zum Teufel soll man die nervigen kleinen Bratzen jetzt noch wochenlang beschäftigen? Wie? Hier, China macht's vor. Take One Do Kurs im Livestream. Entspannen beim Puzzlen. Oder als Schulaufgabe das Virus basteln. Ja, Kohlkopf mit Stäbchen und Blaubeeren, dafür gäbe es bei uns maximal eine Drei-Minus. Wenn ein deutsches Kind ein Coronavirus nachbilden soll, dann bastelt es selbstverständlich ein Mettigel. Ist ja klar, pädagogisch sinnvoll und lecker. So, liebe Eltern, wer weiß, wann unsere Schulen wieder aufmachen? Das weiß ehrlicherweise keiner. Bis es soweit ist, müssen Sie aber Ihren Kindern bitte zu Hause alles bieten, was die sonst in der Schule erleben. Alles. Das heißt, geben Sie Ihrem Sohn nicht nur Taschengeld, sondern klauen Sie es ihm auch direkt wieder. Direkt danach, das kennt er vom Schulhof. Und für ein realistisches Schulfeeling bitte das Cybermobbing nicht vergessen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Aber das Wichtigste, auf keinen Fall mehr Ihre Toilette putzen, damit es riecht wie auf dem Schulklo. Und natürlich in der großen Pause schön mit dem Junior eine Quarzen. Ja, Schulfeeling. In Sachen Schule lautet die gute Nachricht, Abiprüfungen finden statt in diesem Jahr. Aber natürlich Föderalismus-Style. Heißt, jedes Bundesland macht es anders. Wie immer. In manchen kriegen die Abiturienten jetzt deutlich mehr Zeit zur Vorbereitung. Wochen mehr. In Rheinland-Pfalz und Hessen finden die Prüfungen wie geplant statt. Das ist eine gewagte Entscheidung. Aber der hessische Kultusminister erklärt es den Schülern wirklich sehr einfühlsam. Folgen Sie den Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte. Versammeln Sie sich nicht auf dem Schulhof. Gehen Sie zu Ihrem Platz. Sie werden weit genug von Ihren Kameradinnen und Kameraden entfernt sitzen. Ich hoffe, die Kameradinnen und Kameraden haben sich das aufgeschrieben. Crazy Vorschlag meinerseits. Wir versuchen es in diesen außergewöhnlichen Zeiten einfach doch mal mit einem bundesweit einheitlichen und vergleichbaren Abitur. Warum nicht? Es klingt verrückt, aber warum nicht? Auch das geht doch heutzutage problemlos. Im Internet. Ja. Einfach bei YouTube mit Studienrat AD Dietmar Wischmeyer. Das Corona-YouTube-Notabitur mit Dietmar Wischmeyer. So ihr kleinen Quarantänelurche. Jetzt wird's ernst. Ihr habt drei Minuten fürs Corona-Notabi. Das heißt, ihr müsst euch leider mal drei Minuten am Stück konzentrieren. Und denkt dran, ich sehe, was ihr macht. Nils Manfred, nehmt gefälligst die Hand aus der Hose. Alte Pottsau. So, los geht's mit Mathe. Textaufgabe. Wenn alle 80 Millionen Deutsche zwei Meter Abstand voneinander halten, wie groß ist dann Deutschland? A. Genau so groß wie jetzt. B. So groß wie 1937. Oder C. Nur noch so groß wie damals, bevor wir uns die Zone gekauft haben. Ankreuzen. Weiter geht's. Biologie. Es gibt zwei höckrige Kamele. Ein höckrige. Und Bernd Höcke. Frage, wie viele Kamele sind das insgesamt? Puh, das war eine harte Nuss. Und weil ich weiß, dass eure Aufmerksamkeitsspanne für genau 30 Sekunden reicht, hier mal was Lustiges zur Entspannung. Ha, der Leguan hat gefurzt. Weiter geht das. Politik. Wer regiert die Bundesrepublik? A. Das Robert-Koch-Institut. B. Das Marianne-Koch-Institut. C. Robert Habeck. Oder D. Das Magi-Koch-Studio. War zu einfach? Religion. Wie kann ich mit Gott Kontakt aufnehmen? Auf seiner Facebook-Seite? Indem ich das Wort zum Sonntag like oder Gott ist bei Amazon Prime mit drin. Und zum Schluss das wichtigste Abifach von allen. Sachkunde. Was macht dieser Mann? A. Windrad, Setzlinge pflanzen. B. Den Spargel zurück in die Erde drücken. Oder C. Den Spargel streicheln, damit er hart und groß wird. So, das war's auch schon. Herzlichen Glückwunsch zur Hochschulreife. Und denkt dran, nächste Woche machen wir hier das Abitur nur für Berliner Schüler. Zur Vorbereitung empfehle ich euch dieses Buch. Kevin hat drei Kekse. Rechne mit einer Hand. Ich glaub an euch. Tschüss. Was? Wie viele Euro? Und alle, sobald wir eine Million Abonnenten haben. Gut. Liebe, liebe, liebe Fans. Ich würde mich sowas von freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Och, ihr würdet denn gern uns sowas von glücklich machen.